Dieses kleine Wunderwerk der Technik misst sekundenschnell und ohne Berührung die Temperatur in Ihrem Haushalt, der Werkstatt oder sogar im Auto. Mit dem Set sind Ersatzbatterien und eine praktische Trageschlaufe, die vor allem an schwer zugänglichen Stellen eine Messung erleichtert. Weil die ersten Batterien schon eingelegt sind, müssen Sie vor der Messung nur noch einstellen, ob Sie die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit messen wollen. Die Messung selbst ist kinderleicht. Einfach das zu messende Objekt anpeilen, kurz auf den Knopf an der Oberseite drücken, fertig. Auf dem LCD-Display wird die Temperatur in nur einer Sekunde angezeigt. Der Messbereich geht von minus 33 Grad bis plus 220 Grad. So schnell und einfach gegen Temperatur messen noch nie, da sollten Sie sofort zugreifen. too gut.